hallo ihr lieben herzlich willkommen bei meine rezepte heute habe ich einen leckeren butter kekskuchen ohne backen mit banane und viel schokolade und komme dann auch gleich zu den zutaten dazu zuerst habe ich die creme vorbereitet dafür habe ich zwei packungen mascarpone eine packung schmarrn 200 gramm zucker und ein päckchen vanillezucker in eine rührschüssel hinein gegeben und mit einem mixer aufgeschlagen und wir brauchen schokolade ihr könnt beliebig jede sorte nehmen ich habe einfach das genommen was ich zu hause habe ich hatte luftschokolade und lion wie gesagt ihr könnt natürlich beliebig jede sorte nehmen das ist völlig egal die schokolade habe ich einfach mit einem messer klein geschnitten die hälfte habe ich für die deko beiseite gelegt und die andere hälfte die kommt nämlich in die creme hinein das ist gut wenn die in stücken ist dann schmeckt man das auch richtig raus ich kann hier leider keine mengenangabe machen wie viel schokolade ihr nehmen möchtet ist natürlich euch überlassen und davon abhängig wie groß euer form ist das ganze wird mit der creme jetzt vermischt ich hatte zwei packungen fertige schokoladen creme aufgekocht und zum auskühlen lassen jetzt habe ich einen backrahmen genommen und gebe eine reihe butterkekse ihr könnt mischen ihr könnt normale butterkekse nehmen oder kakaobutterkekse es ist völlig egal über die kekse habe ich dann die schokoladen soße gegeben und einmal glatt gestrichen und darüber bananen scheiben geschnitten ihr könnt natürlich auch die banane in die länge schneiden dass es euch überlassen oder ihr könnt auch andere früchte nehmen aber ich finde banane passt perfekt dazu und darüber habe ich dann wieder eine reihe butterkekse gegeben diesmal habe ich die hellen genommen und über diese kekse habe ich dann die leckere creme gegeben und einmal glatt gestrichen diese kombination ist wirklich einmalig kann ich euch nur sagen und darüber wieder eine reihe butterkekse es ist völlig egal welche butterkekse ich habe das genommen was ich zu hause hatte um das ganze so richtig lecker zu machen habe ich dann ganz zum schluss geschlagene sahne über die kekse glatt gestrichen und die schokolade die ich ja beiseite gelegt habe darüber bestreut und damit meinen kuchen oder die torte dekoriert dann habe ich den kuchen über nacht in den kühlschrank gegeben wenn ihr keine zeit habt dann mindestens vier bis fünf stunden im kühlschrank lassen und nächsten tag habe ich den kuchen aus dem kühlschrank rausgeholt und schneide es einmal für euch an ich muss echt sagen ich war richtig positiv überrascht über diesen kuchen zum einen war der richtig lecker und die creme ist richtig fest geworden und man hat gar nicht gemerkt dass der kuchen mit butterkeksen vorbereitet wurde ich werde euch in zukunft mehr solche rezepte zeigen und als nächstes möchte ich euch das rezept hähnchenbrust dessert aus der türkischen küche zeigen ich habe dazu so viele nachfragen gehabt und das kommt dann nächste woche jetzt kommt die probierstunde das war es dann auch heute schon von mir ich hoffe dass euch auch dieses rezept gefallen wird probiert das unbedingt aus kann ich euch nur sagen euch wünsche ich viel spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten video